Alex erinnert mich sehr an Mia Hamm. Auch sie wirkt über den Sport hinaus. Wenn man jemanden, der nichts über Fußball weiß, nach einer Spielerin fragt, die er kennt, wäre es früher Mia gewesen. Heute ist es Alex Morgan. Selbst wenn man keine Ahnung von Fußball hat, weiß man, wer sie ist. Sie wissen, wer sie ist. Alex Morgan. Erst möchte ich über Alex Morgan sprechen. Das Fakt, dass sie hier präsentiert ist, ist so ein Ehre. Sorry, aber das ist wahrscheinlich das 2. Beste Trophäe, das wir diese Woche gewonnen haben. Die Bedeutung in der Welt geht weit über den Fußball hinaus. Sie ist fast eine politische Persönlichkeit. Wenn du der Star bist, dem die meisten Werbeauftritte aufgebürdet werden, brauchst du viel Zeit. Es kostet Kraft. Wir wollen, dass Frauen auf der ganzen Welt mehr in den Sport einbezogen und respektiert werden. Es ist nicht leicht, all das zu schaffen und trotzdem die dominante Spielerin zu sein. Alex Morgan! Ein Wahnsinns-Tor! Was Alex hat, kann man nicht lernen. Sie ist so schnell. Und sie hat auch die Stärke, um diese Tore zu machen. Es ist unglaublich. So! Vielen Dank.